Leinen los und lichtet den Anker. Die Dream Cruise kann beginnen. Werde zum Kapitän deines eigenen Kreuzfahrtschiffs und steuere einige der malerischsten Orte an den europäischen Küsten an. Plane das Bordprogramm und die Ausflüge an den Hafentagen, baue dein Schiff mit spannenden Freizeitangeboten aus und lasse deine Gäste einen tollen Urlaub genießen. Deine Traumkreuzfahrt beginnt!